Michel, Michel, du bist auch... Michel, Michel! Warte, ich wünsche mir gerade etwas Schönes. Michel, weißt du was? Willst du der Elien rausfinden? Dann fliegst du da oben. Schön flog noch! Für was? Sie. Elien, Elien-Freundchen, willst du... Guck mal, wie klein er jetzt ist. Er ist ganz milde klein. Guck, die Baume, siehst du, sind rot. Wow. Der Rauch ist draußen. Ihh. Noch eine Wunderung. Das sieht aus wie ein Marienkäfer, der voll groß ist und leuchtet. Me recuerda an der Stadion. Ich denke, das Rote heißt, er hat kein Akku mehr. Aber da ist noch grün. Vielleicht ist er... Vielleicht ist er... Ich glaube, er ruft gerade seine Mutter an. A lo mejor er hat die Bindiciones. Der Elien ist tot. Oder er nimmt Kontakt. Das ist der Elien! Er geht weg voll schnell. In diesem ganzen Mund drauf. Mira, Mama, sie ist so wie in einer Luz. Sie ist so wie in einer Luz. Miri, da geht es sehr schnell. Da geht es. Adios! Aber wir haben Süßigkeiten. Wir haben nur die Süßigkeiten. Miri, miri, wie schnell es geht. Wow, miri, es geht sehr schnell. Miri, es geht sehr schnell. Miri, es geht sehr schnell. Ich habe eine Kabeza vedre con cosas pariva. Pariva. Miri, es geht sehr schnell. Wow, que rapidez. Warum machen die Menschen kein Video? No, le wehen so? No, seguro están mucha gente ahí haciendo Videos, Michi. Das muss, das muss jetzt in den Nachrichten sein, in einen, das muss in, ich denke, wir sind zu schwer. Vielleicht fällt das ganze Gewicht hier runter. Okay, jetzt kommt. Mi papá dijo que íbamos a ser muy visitados. Muy que? Visitados. Was heißt das? Oh, ist der Elien. Da! 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 Kleiner Pump, dann Feuer da. Mama, da ist er. Michi. Amira, Alessandro.